Der südlichste und kälteste Arbeitsplatz Deutschlands befindet sich auf der Neumayer-Station 3 in der Antarktis. Bis zu minus 50 Grad Celsius und wohin man schaut, alles weiß. Und wissen Sie, was sie da machen? Die sorgen dafür, dass wir bald zum Mars fliegen können und achten darauf, dass die Welt nicht untergeht. Wir nehmen sie jetzt mit auf einen einmaligen Trip. Das ist krass. Du siehst ja jetzt keinen Himmel, du siehst keinen Boden, du siehst gar nichts. Zwei Wochen dürfen wir die Forscher auf der Deutschen Forschungsstation in der Antarktis, der Neumayer-Station 3, begleiten. Sie geben uns einen Einblick in ihren Alltag und ihre Arbeit im ewigen Eis. Einem Ort, wie es ihn auf unserem Planeten kein zweites Mal gibt. Ich finde das nach wie vor eigentlich mit das Schönste, was ich überhaupt kenne. Auch für das Galileo-Team ein ganz besonderes Abenteuer. Jetzt geht's endlich los, da haben wir die ganze Zeit drauf gewartet. Ein halbes Jahr Vorbereitung haben wir in diesen Film gesteckt. Wir, das sind Kameramann Patrick und Redakteur Matthias. Überhaupt in die Antarktis zu reisen, ist schon ein Abenteuer. Unsere Reise beginnt in einer Arztpraxis in Deutschland. Jeder, der auf die Forschungsstation will, muss einen ausführlichen Check über sich ergehen lassen. So auch wir. Das Risiko, dass jemand in der Antarktis ernsthaft krank wird, soll so reduziert werden. Was die alle von einem wissen wollen. Alles für zwei Wochen. Die Diagnose? Wir sind fit. Dann die Einkleidung. Das Alfred-Wegener-Institut, das auch die Neumeyer-Station betreibt, stellt Forschern und auch uns die Polarausrüstung. So, das war ein Schlafsack. Zieht euch das mal rein, wie ein riesiger Klamottenladen. Nur mit Expeditionsausrüstung. Wie geil ist das denn? Jeder von uns bekommt über 30 Ausrüstungsteile für die Zeit in der Antarktis. Allerdings alles nur geliehen. Und dann packen. Für den Dreh in der Antarktis hatten wir von allem mehr dabei als sonst. Ersatzkameras und jede Menge Akkus. Bei niedrigen Temperaturen gehen die sofort in die Knie. Alles muss sicher verpackt werden. Mal schnell was nachkaufen geht in der Antarktis schlecht. Jetzt habe ich los in die Antarktis. So richtig los geht die Reise in Kapstadt in Südafrika. Vom normalen Flughafen dort soll es jetzt direkt in die Antarktis gehen. Noch ist Sandalenwetter. So, wie geht's dir? Aufgeregt bin ich jetzt. Tatsächlich. Das ist das Krasseste, was ich jemals gemacht habe. Auf jeden Fall. Nur wenige Monate im Jahr. Im antarktischen Sommer sind Flüge in die Antarktis wettertechnisch überhaupt möglich. Die Passagiere sind fast ausschließlich Wissenschaftler. Aber wir sind überrascht. Ansonsten ist alles so normal. Okay, nicht alles. In den Taschen vor dem Flieger wartet die Polarkleidung aus der Kleiderkammer auf uns. Also nehmen wir die lieber mal mit. Von innen wirkt das Flugzeug wie ein ganz normaler Urlaubsflieger. Aber nach ein paar Stunden in der Luft ziehen sich auf einmal die ersten mitten im Gang um. Machen wir eben mit. Dann der Blick aus dem Fenster und das erste Stückchen Antarktis. Überwältigend. Nur, wo landet man mit einem Flugzeug in der Antarktis? Natürlich auf Eis. Wir sind da. Boah ey, hast du aufs Fenster geschaut? So krass. Ich war noch nie so aufgeregt, aus einem Flugzeug zu kommen. Jetzt sind wir da. Abgefahren ey. Ich glaub, sind wir noch nicht so ganz. Doch, jetzt sind wir in der Antarktis. Aber noch nicht am Ziel. Wir steigen um in diesen kleinen Polarflieger. Um da zu landen, wo wir hinwollen, braucht der Kufen statt Räder. Nach insgesamt acht Stunden Flug von Kapstadt aus sind wir schließlich endgültig am Ziel. Der Neumeier Station 3. Um die 40 Personen aus verschiedenen Ländern sind gerade dort. Und jetzt auch wir. Während in Deutschland Winter herrscht, ist hier gerade Sommer. Und tatsächlich, es ist gar nicht so kalt. Keine minus 10 Grad. Dafür tobt ein Schneesturm. Wir wollen das einmal erleben und machen uns bereit für einen Spaziergang. In einer kleinen Gruppe machen wir uns auf den Weg. Orientieren kann man sich bei diesem Wetter nur dank der schwarzen Leinen. Unser Plan, wir wollen zur Hütte rechts im Bild. Unserem Schlafzimmer für die kommenden zwei Wochen. So schlafen wir. Anschließend geht's gleich wieder zurück. Es sind nur ein paar hundert Meter. Aber der Weg ist ein echtes Abenteuer. Meine Handschühe ist gefroren. Wie war's? So kalt. Leicht windig. Die Neumeier Station 3 ist die einzige deutsche Forschungsstation in der Antarktis, die das ganze Jahr über besetzt ist. Betrieben wird sie vom Alfred-Wegener-Institut. Im Sommer leben hier bis zu 50 Menschen. Die meisten Forscher bleiben für mehrere Wochen. Aber eine Gruppe hält das ganze Jahr über Stellung. Die Gruppe der Überwinterer besteht aus neun Personen. Vier Wissenschaftler, ein Arzt, ein Koch, ein Funker und zwei Techniker. Sie verbringen 14 Monate auf der Station. Auch den antarktischen Winter. Dann ist die Station vollkommen von der Außenwelt abgeschnitten. Weder Schiff noch Flieger kommen rein oder raus. Und während der Polarnacht geht die Sonne über zwei Monate lang nie richtig auf. Es ist rund um die Uhr dunkel. Er ist einer der Überwinterer. Dr. Bernhard Gropp ist Arzt und Stationsleiter. Und für eine medizinische Studie verantwortlich, die erstmal gar nichts mit der Antarktis zu tun hat, sondern mit Raumfahrt. Ja, morgen. Hallo Thomas. Hallo. Na, wie geht's? An der Studie nehmen alle Überwinterer teil. So auch Stationsingenieur Thomas sterbend. Ja, wir schauen hauptsächlich nach der Anpassungsreaktion der Überwinterer, auf die Isolation, auf die Reizarmut, also Reizdeprivation, sagt man. Und auch die Stressreaktion. Das bildet ja alles. Das sind Faktoren, die eine Stressreaktion hervorrufen. Die Studie liefert wichtige Erkenntnisse für die Weltraummedizin. Die Idee? Das Leben der Überwinterer hier ähnelt einer Raumfahrtmission. Sie sind isoliert, immer im gleichen Umfeld. Wie sich das auf die Gesundheit der Überwinterer auswirkt, wird mithilfe der Blutproben überprüft. Aber die außergewöhnlichen Umstände hier haben auch Auswirkungen. Auf die Psyche. Über den Winter, also der dunklen Polarnacht, kann man schon beobachten, dass die meisten Teammitglieder ein bisschen langsamer geworden sind. Das Schlafbedürfnis ist viel stärker ausgeprägt. Und auch die kognitiven Fähigkeiten. Also man hat das Gefühl, man erinnert sich nicht so gut. Das ist natürlich eine subjektive Wahrnehmung. Aber das kann man schon an den Teammitgliedern, zumindest in dieser kleinen Gruppe, beobachten. Neben den Blutproben gibt es auch noch psychologische Tests. Außerdem wird rund um die Uhr getrackt, wie viel die Überwinterer schlafen und wie viel sie sich tagsüber bewegen. Und es gibt einen Weltraum-Simulator. Einmal im Monat muss Thomas Sterbens hier versuchen, mit einem Roboterarm einen Satelliten einzufangen. Eine Übung, die auch angehende Astronauten machen. Und für die es extrem viel Fingerspitzengefühl braucht. Jetzt haben wir ihn ins All gestoßen. Das ist nicht gut. Nein, das ist definitiv nicht gut. Man kann eben einen Roboter, er hat sehr viele verschiedene Achsen und man kann so ziemlich alles bewegen. Genau deswegen machen die Studienteilnehmer diese Übung. Die Frage, hat das Leben hier einen Einfluss auf die räumliche Wahrnehmung oder die Feinmotorik? Die Studienergebnisse stehen noch aus. Aber vielleicht bringt die Forschung hier in der Antarktis in Zukunft ja die Raumfahrt ein Stückchen weiter. An der Forschungsstation tobt seit mehreren Tagen ein Sturm. Die Tiefgarage bleibt aus Sicherheitsgründen geschlossen. Die Forscher müssen also drin arbeiten. Auch die Meereisphysikerin Stefanie Arndt. Dieses Ding ist ein elektromagnetisches Messgerät. Es misst die Leitfähigkeit der Umgebung. Die Wissenschaftler wollen damit die Dicke von Meereis bestimmen. Weil Metall die Messungen verfälscht, bauen sie das Gerät dafür in ein Kunststoff-Kajak. Aber warum ist das überhaupt wichtig zu wissen, wie dick das Eis auf dem Meer ist? Meereis ist natürlich insgesamt ein ganz wichtiger Indikator, wenn es darum geht, Wechselwirkungen im Klimasystem zu verstehen, die Veränderungen im Klima zu verstehen, nicht nur in der Arktis, aber natürlich auch in der Antarktis. Und auch wenn wir in der Antarktis noch gar nicht so diese starken Veränderungen sehen, ist es natürlich trotzdem wichtig, den Ist-Zustand zu beschreiben und auch zu sehen, wo kann das vielleicht hinführen. Heißt, sollte der Klimawandel auch in der Antarktis ankommen, wird Stefanie Arndt es messen können. Jetzt heißt es warten. Steffi, was passiert euch denn dran, jetzt sofort loszufahren? Das Wetter. Wir haben draußen leider immer noch ziemlich Wind und vor allem nicht nur Wind, sondern eine ziemliche Schneedrift. Weswegen sie eins haben, wenn wir die Luke hier aufmachen, dass halt alles einfach hier drin einschneit. Und deswegen müssen wir uns jetzt in Geduld üben. Seit einer Woche ist das Galileo-Team jetzt in der Antarktis. Am anderen Ende der Welt. Auf der deutschen Forschungsstation Neumeyer 3. Wir wollen wissen, woran forschen die hier eigentlich? Seit wir hier sind, herrscht Schneesturm. Aber wir lassen uns davon nicht abhalten. Unser Redakteur, in der schwarzen Jacke, zieht zusammen mit Geophysiker Mirko Czerwonka los in Richtung geomagnetisches Observatorium. Was das wohl ist? Erstes Problem, hinkommen. Also wenn es jetzt gutes Wetter gewesen wäre, dann könnten wir halt auch gerade gehen. Da steht ja noch so ein Holzwegweiser. Weil das Wetter aber eben nicht gut ist, müssen wir uns an den schwarzen Leinen orientieren. Sie weisen den Weg zu allen wichtigen Forschungseinrichtungen, den sogenannten Observatorien im Stationsumfeld. Das ist eines davon. Aber es ist noch nicht unser Ziel. Hier müssen wir Gurte anlegen. Denn für uns heißt es gleich Klettern. Und zwar nach unten, rein ins Eis. Und wie tief geht's runter? Ungefähr 10 Meter. Okay. Dann taucht da auf einmal eine Luke auf. Mitten im Eis. Hier geht's also rein in das Magnetfeld-Observatorium. Die Vorstellung, da mitten ins Eis zu steigen, finde ich so verrückt. Wir erfahren, der Schacht wird jedes Jahr tiefer. Ungefähr einen Meter wächst er pro Jahr nach oben. Der Grund? Schneefall. Matthias hat Spaß am Abstieg. Aber der Geophysiker der Station muss alle zwei Tage hier runter. Was ein Arbeitsweg. Boah, ja, das ist nicht ohne. Unten angekommen, entdecken wir die Geräte, mit denen hier das Magnetfeld gemessen wird. Sie sind besonders empfindlich gegenüber Kälte und Vibrationen. Aber tief im Eis ist es das ganze Jahr über konstant, verhältnismäßig warm und außerdem windstill. Geophysiker Mirko Czerwonka arbeitet hier quasi als Wächter über das Magnetfeld unserer Erde. Dafür misst er regelmäßig Stärke und Ausrichtung des Magnetfeldes. Ohne das magnetische Feld würden die Strahlen der Sonne halt auf die Erde treffen und würden halt Leben erschweren. Und von daher schützt das Magnetfeld halt die Erde vor den magnetischen Sonnenstürmen zum Beispiel. Durch Eruptionen auf der Sonne kommt es immer wieder zu solchen Sonnenstürmen. Das ist erstmal nichts Schlimmes, denn das Magnetfeld der Erde ist wie ein Schutzschild. Aber verändert sich das Magnetfeld oder wird es schwächer, funktioniert der Schutzschild nicht mehr richtig. Deswegen ist es so wichtig, das Magnetfeld zu erforschen. Ohne Schutzschild könnten Sonnenstürme Stromausfälle im großen Stil verursachen. Oder unser Handynetz zusammenbrechen lassen. Dafür, dass wir früh genug davon erfahren, sorgen die Wissenschaftler in dieser Eishöhle. Zurück in der Forschungsstation gibt's was zu essen. Weder trockenes Brot noch Astronautennahrung. Wir sind fasziniert, was die Stationsköchin hier dreimal am Tag zaubert. Züricher Geschnetzeltes in der Antarktis? Frische Lebensmittel gibt es zwar nur, wenn im Sommer Flieger landen. Aber sonst fehlt es an nichts. Einmal im Jahr liefert ein Eisbrecher 60 Tonnen Lebensmittel. Und auf dem Rückweg wird das Schiff auch gleich noch zur Müllabfuhr. Denn der Abfall der Forscher wird nicht irgendwo in der Antarktis entsorgt, erklärt uns der Stationsingenieur. Alles, was am Müll in die Antarktis kommt, muss auch wieder mit Retour. Das heißt, es werden alles, was geht, so klein wie möglich gepresst, zerschreddert und dann eben in Containern verstaut. Und natürlich auch schriftlich jedes Gramm festgehalten, um nachvollziehen zu können, was sich in jedem Container befindet. Am Tag darauf. Es stürmt immer noch. Wir wollen aber unbedingt raus. Er begleitet uns, Tim Heitland. Er ist ehemaliger Überwinterer und koordiniert jetzt den Stationsablauf. Was ist das? Ja, das ist das Brett, an dem die Anwesenheit der Leute auf Station nachvollziehbar wird. Das ist halt wirklich ganz wichtig, weil im Falle von Feuer, dann kann man hier nachvollziehen, wer ist noch in der Station, wer ist vermisst, wen muss man im Zweifel suchen. Und mich stecke ich dann auch um? Unbedingt, ja. Draußen bläst der Sturm mit über 80 Kilometern pro Stunde. Aufgrund eines physikalischen Effekts ist der Wind unter der auf Stelzen gebauten Station sogar noch stärker. Keine guten Arbeitsbedingungen für Kameramann Patrick. Aber der Sturm ist nicht das Unheimlichste. Geht man von der Station weg, sieht es so aus, als wäre da draußen einfach... nichts. Das ist krass. Du siehst ja jetzt keinen Himmel, du siehst keinen Boden, du siehst gar nichts. Ja, das sind die Bedingungen, die wir dann White-Out nennen. Praktisch keine Kontraste, kein Horizont. Und zusätzlich ist diese Grift vorhanden, ja, dieser fliegende Stege überall. Wir sind noch mitten im Interview, als plötzlich... Der arme Patrick. Hoffentlich ist nichts passiert. Erstmal Kamera aus. Am nächsten Morgen, Patricks Fuß schmerzt, er kann kaum laufen. Zum Glück gibt's auf der Forschungsstation ja ein voll ausgestattetes Krankenhaus. Und einen Arzt. Das Röntgen hat gezeigt, gebrauchen ist nichts. Bleibt also nur abwarten. Ein Tag Pause, würde ich mal machen. Und dann geht's morgen wieder los. Ich hoffe, dass das Wetter auch besser wird. Ja, das Wetter ist am nächsten Tag super. Wir können endlich raus und Patrick ist tatsächlich wieder auf den Beinen. Jetzt wird durchgedreht. Meereisphysikerin Stefanie Arndt macht ihr Kajak, in dem ein eisdicken Messgerät steckt, bereit. Wir hängen uns dran, um zu erfahren, wie Klimaforschung geht. Matthias, kann ich die Sachen hier reintun? Das Kameraequipment? Ja. Für unseren Redakteur das erste Mal auf einem Motorschlitten und das erste Mal blauer Himmel in der Antarktis. Jetzt geht's endlich los. Da haben wir die ganze Zeit drauf gewartet. Ich bin so ausgeregt. Was ein Anblick. Eine endlose Eisbüste. Mega geil. Zieh dir das mal. Die Antarktis ist fast doppelt so groß wie Australien. Und auch wenn es nicht so aussieht, sie besteht nicht nur aus Eis. Die Antarktis ist ein richtiger Kontinent. Land, das größtenteils von einem Eisschild bedeckt ist. Fast fünf Kilometer dick ist der stellenweise. Am Rand dieses Eisschilds schwimmt das sogenannte Schelf-Eis auf dem Meer auf. Es ist immer noch mehrere hundert Meter dick. Der äußerste Rand der Antarktis besteht schließlich aus Meereis. Meerwasser, das im Winter gefriert. Im Sommer hingegen schmilzt es und die Meereisfläche schrumpft um 80 Prozent. Dadurch schrumpft auch die Antarktis. Bis sie im Winter wieder wächst. Hier beginnt das Meereis. All das bricht in ein paar Monaten auf und treibt weg. Dann ist hier nur noch Wasser. Stefanie Arndt muss sich also ranhalten. Sie will wissen, wie dick das Meereis an festgelegten Stellen ist. Entlang eines sogenannten Transeks. Dafür benutzt sie ein elektromagnetisches Messgerät, das sie in dem Kajak hinter sich herzieht. Wird das Meereis weniger, ist das ein entscheidender Hinweis darauf, wie weit der Klimawandel sich auf unseren Planeten auswirkt. Was wir am Ende auf den Daten lesen können, ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, ist die Veränderung. Was können wir, was haben wir, was messen wir heute, was haben wir auf dem gleichen Transeks vor acht Jahren gemessen. Was können wir daran ableiten, was wir an globalen Klimaveränderungen beobachten. Noch können die Forscher hier keinen Einfluss des Klimawandels messen. Die Hoffnung ist, dank der isolierten Lage der Antarktis könnte das noch eine Weile so bleiben. Dann lassen wir die Wissenschaftler in Ruhe weiterarbeiten. Tim Heitland hat noch eine Überraschung für uns. Bombastische Eisformationen an der Schelf-Eiskante. Dem Übergang zwischen Meer und Schelf-Eis. Alles echt richtig schön. Schon, oder? Ja. Ich finde es auch. Als wir wieder von der Schelf-Eiskante wegfahren, sind sie dann auf einmal überall. Kaiser-Pinguine. Knapp 30.000 Pinguine ist die Kolonie hier groß. Was für ein Anblick. Was für ein Krach. Was für ein Traum, hier zu sein. Tim, das ist so wunderwunderschön hier. Ist das was, was du auch noch so siehst? Also für mich hat das nichts an Zauber verloren. Ich finde das nach wie vor eigentlich mit das Schönste, was ich überhaupt kenne. Unsere Zeit in der Antarktis ist leider zu Ende. Für uns geht es zurück zur Neumeyer Station und dann nach Hause. Was bleibt, ist die Erinnerung an Wissenschaftler, die mit Leidenschaft forschen. Damit wir besser verstehen, wie uns das Magnetfeld vor Sonnenstürmen schützt. Was der Klimawandel mit unserem Planeten macht und was mit Astronauten auf Raumfahrtmissionen passiert. Und? Nicht zuletzt war dieser Trip ein riesiges Abenteuer. Das wir sicherlich nie vergessen werden.